Ja, herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Jo! Wir sind auf dem Stuhl! So, ok. Ähm, genau. Und zwar, wir wollten doch Leder sammeln, ne? Ähm, ich musste aber wieder neue Köder machen. Ein Leder haben wir schon. So, was brauche ich denn? Jörgskes, Sourini können wir auch mal nehmen. Das ist teuer. Das Zeug... Ne, machen wir erst ein bisschen da. Die sind da. Dann, ähm... Köder... Ach, genau. Ich brauche wieder meine Fäden. Hm, gut. Fäden kann ich gleich mehr machen, nun mal. Ähm, zack, 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 und schadeln. Vier Köder. Okay. Ja, dann lassen wir das erstmal mit mir machen. So. Hallo. Und... Köder. Ich hoffe, da kommt mehr Leder raus. Ich will diesen Gürtel. Und, was ich mir noch gedacht habe... Können wir da richtig hin stellen. Äh... Gut. Klopf, klopf. Hallo. Ähm... Wir gehen mal... Diese Ender Lilien suchen, ne? Ender Lil... Ja, Ender Lil... Ja, Ender Lil... Extra Best in Forest. Ja. In Old Dungeons. Mh... Mh... In Old Dungeons. Boah. Wo findet man Dungeons? Hm gute Frage. Ja ok, aber da steht, wächst am besten in Forest Plains. Einen alten Verlies. Ich habe keine Ahnung wo ein Verlies sein könnte. Ich gehe jedenfalls mal irgendwo hin wo ich noch nicht war. Ja da oben zum Beispiel. Das ist, sieht nur so schlecht. Hier mal, ich reiße mal da nach oben. Zack. Ich hoffe es ist Tag, also es bleibt jetzt noch Tag. Ich sollte mir ein Bett mitnehmen. Aber das ist, naja, ich will das ganz aufbauen. Zack, zack. So, dann schauen wir mal. Rohrkolben. Was hat das? Achso. Ach, da ist die Schlucht. Schlucht zählt nicht als Dungeon. Hm. Würde ich hier unterstützen. Ähm. Schwarze Blume. Ach genau. Nehme ich mal mit, weil ich vorher was gesehen habe. habe. Mit, ähm. Diesen Schwertsockeln. Da gibt es schwarze auch. Und ich bin natürlich für schwarzen. Wow. Und da braucht man schwarzen Farbstoff für Wolle. Aber wie komme ich an Wolle? Hm. Was ist das hier? Äh. 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 Okay. Äh. Okay. Äh. Ah, gehe ich richtig hier hoch, wo sich... Also steht... Neh. Es wird wieder dunkel. Ja gut, dann... dann porte ich mich halt eben. Geht das eigentlich von hier aus? Nein, natürlich nicht. Das ist zu weit weg. Schade. Also aus diesen schwarzen Pflanzen, glaube ich, müsste ich schwarzen Farbstoff herkriegen. Für diese Wolle dann, die ich färben muss. Und ja. Äh. Warum? Immer wenn ich losgehe, wird es Nacht. Toll. So. Lalalala. Ähm. Ein... Skelette. Ich hasse Skelette. Ich will diese Endervilien finden. Aber da stand... Äh. Dungeon. Dungeon heißt Verlies. Und wo gibt's Verliese? Ähm. Ein Enderman. Äh. Enderman. Ein Mini Enderman war da irgendwo. Hallo? Äh. Ein Vogel. Ähm. Enderman? Wo bist du? Äh. Ah, da. Ah, da. Haha. Enderman Mini. Nein, nicht wegporten. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm her, komm her. Ah. 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 Nein. Nein. Verdammt. Nein. Toll. Okay. Ah. Super. Ganz toll. Zum Glück. Äh. Äh. Zum Glück. Ähm. Kann man seine Sachen wieder finden. Ich hoffe es. Und zum Glück weiß ich, wo ich war. Ungefähr. Ich hoffe es. Äh. Oh, oh. Ich glaube, ich finde es nie wieder. Ah, doch. Der Strahl müsste auftauchen. Hoffe ich. Äh. Äh. So. Äh. Die ganzen Level sind weg. Super. Ach man. Toll. Aber mein Rucksack habe ich behalten. Also meinen kleinen Rucksack. Äh. 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 Das sind wieder Kürbisse. Äh. 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 So. Zurück zum. Todespunkt. Der war. Der hat vom Himmel viel. Ich gehe in die falsche Richtung. Was. 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 Äh. Äh. Jetzt verdammt nochmal. Scheiße. Was mache ich hier nur. Äh. 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 Äh Nein, der andere wird nicht angezeigt. Ähm, wirst du mich verarschen? Okay, sorry, jetzt muss ich was tun, was ich eigentlich dicht machen will. Ähm, das muss ich jetzt machen, da ist dieser Todespunkt, aber da müsste noch einer sein. Ah, da hinten, war doch so weit, ich, ich flieg nur schnell hin, äh, ne, echt, war ich so weit? Okay, krass, gut, ja, doch, das kann sein, alter, ja, ich muss jetzt, das hilft nichts, hilft nichts. So, du alter Cheater, ja, ich weiß. Hier meine ganzen Sachen, hier auch. Okay, Krucksack, hier ist meine Sachen drin, dafür verdoppelt sich das hier immer, das ist auch, auch nicht, ähm, ne, nix, baubles, war da. Nein, Moment, ich hab's gleich wieder, hier, hier, zack, zack, hier, zack, zack, reines blut, fackeln, hier, der Ende war da, goldschwert, für was hab ich das eigentlich? Ach genau, für wehrwölfe, steinspitzhacke, blut, ähm, eisenspitzhacke, eisenhacke, eisenaxt, eiseschaufel, die eisenspitzhacke haben wir hier, holzaxt, brauche ich eigentlich nicht. Und der Blutsauger, äh, hat 6, 7, 6. Ja, dann lasst ihn mal. Ähm, okay. Äh, genau. Haben wir sie schon wieder. Gut, zack, na, kann man Leute nicht mitnehmen. Da ist der Ender. Du Drecksack, du Blöder. Wo bist du? Äh, der ist da oben. Hier oben irgendwo. Ah, oder unten. Das kann natürlich auch sein. Hier geht's runter. Holzkohle, Kupfererz, Pilz. Ich muss mal, ich muss, ich muss, äh, Redstone finden, ne? Da ist er. Komm her. Ah, ja, geil. Ah, ha, 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 ha. Wett. So kann ich die Levels nicht mitnehmen. Ah, ha, ha, ha. Ich muss mal die Höhle merken. Ähm. Hier. Wie schreibe ich denn? Hm, äh, falsch. Hier. Höhle des Ender. Hm. Höhle des Ender. Oder der Ender. Keine Ahnung. Mach was so. Höhle der Ender. Des Ender. Ja. Okay. Okay. Bärenstein. Für was brauche ich diesen Bärenstein? Hm. Nehme ich mal mit. Bärenstein. Bärenstein. Kupfererz wieder. Neh. Bärenstein. So. Aber für was so gut ist der Bärenstein? Hat irgendwas mit Tamschaft zu tun. Dann muss ich mich mal damit beschäftigen. Steinkohle kann man auch immer brauchen. La la la. Ah, immer noch mehr. Zuck. Zuck. Kupfererz. Und noch mehr Kohle. Was ist denn von Kohle da? Ja. Kupfererz. Das ist wieder eine andere Mod. Forestry. Wasser. Noch mehr Wasser. Äh. Ich brauche Redstone, ne? Ich könnte hier mal nach Redstone suchen. Oh oh. Ah. Boah. Alte. Spinnenauge. Marmor. Enderperle. Yeah. Nein. Du blöde. Nein, 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 nein. Ah. 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 Komm. Alter. Ich muss. Nein. Du. Penner. Ah. Ah. Okay. So. Entured. Ja. Ach komm. Ich mag jetzt nicht mehr. Ich mag jetzt nicht mehr. Ah. So. Was bist du? Na. Na Hase. Hi. Man kann diese Hase doch irgendwie mitnehmen, ne? Ja. Geil. That's name. Ah, hier. Ähm. Man kann die hier untenviel Turkey stellen. Ah, peek. Ah, peek. Bravo. Juhu. Anē. Und aē. kommst mit hasi komm ich rette dich gar nicht mit dem porten nein hasi ich habe hasi getötet nein verdammt okay das geht nicht porten kann man mit dem mit denen nicht verdammt noch kommt ja gut ja genug gecheatet für heute ne ich habe eine ender perle für was brauche ich die gleich wieder ach für den genau aber jetzt hat mir eine aber man kann doch aus oder ender fragment in der perle soll ich dir jetzt echt verschwenden dafür was ist das hexenhand okay ja ich wollte eigentlich die extra diese perle für ja es muss ich ja okay energie ist immer gut die will ich auch finden ich brauche mal eine richtige ausrüstung so wie hieß der generator der kolben nein das war es gar nicht für was wollte ich denn ach genau jetzt weiß ich es wieder für den augenscanner den augenscanner dafür genau zack verdammt ich habe kein holz achso stein brauche ich äh gabbro gabbro haben wir doch genug glaube ich pflasterstein pflasterstein es ist egal ich probier es mal so und wir haben nicht genug ähm wir haben hier basalt pflasterstein steinziegel steinziegel wir haben hier einfach hatte pflasterstein lassen wir auch mal drin und diesen den ausprobieren kommen muss ja und eine hinderperle nein das geht nicht äh ha ha hallo okay das geht nicht was gestein kann man nicht nehmen stein 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 schwarzer granit grün schiefer undesit gneiss dolomit stein stein aber gabbro kann ich organisieren ne schluff speckstein gabbro warte wenn ich den warte nochmal wie ist der basalt ne kann ich den normalen basalt auch nehmen äh nein ich brauche diesen gabbro der ist bei mir unten in der Höhle hier gabbro haben wir genug aber das wird so mit ein pflasterstein hm okay aber ich glaube oder wenn ich den brenne hm müsste ich ausprobieren hm müsste ich ausprobieren so so ok ok wenn ich ne gabbro pflasterstein oder ich kann den so umbauen ok ne wenn ich den hier rein haue wird das jetzt normaler gabbro davon habe ich das schon ausprobiert hm hm kapro genau perfekt geil juhu aber redstone muss sich trotzdem endlich mal finden hat ich bis jetzt ne glück glück so dann hamma das ach genau 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 mal testen spl Verdammt Das brauche ich nicht Ich brauche kein Fleisch Ich bin ein Vegetarier Ich will kein Fleisch So, das hier Schweinefleisch Ich habe auch jeder Kein so ein Zeug hier Ja, lasst die Gabbro mal durchlaufen Hallo Genau, ich habe irgendwo gefunden Dass ich noch einen Aufzug habe Irgendwo Ja, Glas, genau Was ist das hier eigentlich? Glasscheibe, genau Glasscheiben würde ich auch noch bauen Für oben dann Wo war jetzt dieser Aufzug? Warte, im Bauzeug Hallo? Ja, dann war es bei Kreativ Reisanker hätten wir noch Noch ein Reisanker Ja, die muss ich weg Weg Eisentür, die brauche ich dann Das ist eigentlich Ja Nein, hier rein So, jetzt Da ist noch ein Fahrstuhl Einer Da geht aber nicht ohne einen zweiten Fahrstuhl 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 Enderperle brauche ich auch Wolle Oder Kapokblock Okay Dann setze ich den mal Also der soll dann für da sein Jetzt setze ich schon mal Drückt mir aber nichts Marmor Ah, die Folge ist wieder vorbei Jetzt zieht man da oben hin Dann Bernstein Ein bisschen aussortieren noch Und dann beenden wir Mal die Folge Eichenholzbretter Ja, kann ich immer brauchen Ähm Vampirzahn Vampirzahn Hexenhand Für was ist die Hexenhand? Weiß keiner Die schmeisse ich mal hier rein Schwarzpulver Die Fäden Weiß nicht, wie brauche ich dann? Kupfer jetzt Ja, dann Kohle Hier Hier Ich brauche Ich brauche diesen sortieren Ähm Verrotte das Fleisch Stöcke Hier rein Dann Fäden Dann Keine Ahnung Hier rein Dann Geilen Dann Skelettschäden Dann Einmal Lassen wir noch Knochen Eigentlich nicht Pfeile Auch nicht Habe ich In meinem Rucksack noch was Hohenstein Ja Ja Geil Dann Machs das wieder So Dann Ja Wieder Fleißig Die Daumen drücken Und Bis zum nächsten mal Tschüss Lockers nach Knochen ыв Hohenstein Mit Und Hohenstein Har Automat Du Deb Oder Hat Ut Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020